Da ist so ein Baumhaus, ein altes Lager, da wohnen eine Erdwespen, ein altes Kackhaus. Servus Ladies, wir sind uns wieder eure Outdoor Freaks. Wir wollen heute eine Camptour machen, durch alle alten Camps, die wir schon gemacht haben und gebaut haben. Also, da ist das erste. Das erste. Das ist eh ziemlich groß. Da war so ein Unterstand, mit sogar gekorktem Holz. Da war so ein Baumhaus. Das ist alles schon ziemlich morsch und da so ein Tisch mit Fenster, so ein Muxtus. Und da oben ist der Gregor. Jetzt kann ich ein Teil aufbrechen, aber egal. Nein. Risiko. Da der Boden ist auch schon ziemlich durchgemorscht. Da hinten ist so eine Drainage. Da kommt der. Da kommt der so raus. Und da das Highlight vom Ganzen. Wenn es quasi auch hoch ist, ob das noch stabil ist, weil da passt es besser auf. Da hängt man fast ungefähr so in der Luft. Wenn man da oben fällt, hält man hin. Aber ja, ist eigentlich eh noch relativ gut. Da oben ist auch noch so eine kleine Plattform. Da oben ist jetzt ziemlich geil. Da hat man ziemlich cool Aussicht. Das ist ungefähr 6 Meter hoch. Das ist echt höher, wie es ausschaut. So, jetzt sind wir. Das nächste Camp ist ein bisschen weiter weg. Und dort werden wir jetzt mit den Mopeds hinfahren. Jetzt haben wir beim nächsten Camp angekommen. Und jetzt haben wir weg von den Mopeds und aufhören. Das war mal ein legendäres Camp. Ist da sogar dreistöckig. Und da ist sogar so eine Tür. Das ist schon ziemlich hin, aber... Hinter ist... Na, 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 eh. Schon ziemlich Zahnwissen halt, aber... Das war alles voll mit Brettern. So alles voll mit Brettern zu. Alle Wend. Und da vorne ist so... Art Fenster. Da wohnen eine Erdwespen. Da hat den Krieger schon eine gestochen. Ein altes Kackhaus. Ein Lost Place. Das ist ein Das ist scheiße. Da hab ich einen Arzt an der Kackwüste eingesetzt. Und jetzt ansetz ich die Rüte drauf. In die alten Teile? In die alten Teile? In die alten Teile? Das war's jetzt von unserer kleinen Campführung. Von unseren alten Camps. War heute mal echt nur ein kurzes Video, aber besser wie nix. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau! Was gef batch bis zum nächsten Mal. Ha! Ist wirklich warm, na flach geht's hab ich muss.